Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert Züge deine giftige Zunge! Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen Sie sieht einfach nur verängstigt aus Bitte, diese Kreatur entführte Ligeia! Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich rette Ligeia und töte jeden, der mich aufzuhalten sucht Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen Was genau ist das für eine Kreatur? Böse, herzlos, unbegreiflich Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt Sollte diese Schlangenhaarige Ligeia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten Folge mir Vorsicht! Sie werden von Angst angetrieben Das Mädchen kommt mit mir Und ihr geht mir besser aus dem Weg Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldner Bürger, wir müssen die Stadt retten Und die Eindringlinge müssen sterben Versteck dich im Tempel, ich erledige das Los, alles Zeit! JaGel Aber Ich schläfe sie mir vor, Knöpfer! Ich habe keine Chance! Ich schläfe sie mir! Ich sehe sie mir! Es ist mir verdammt doch mal! Nein! Bajo Vassa! Ja. Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeas Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Liebe mag unser aller Ende sein. Doch sie lohnt den Preis. Meine Drachme für Charon liegt schon lange bereit. Gehen wir. Hast du einen Namen oder soll ich... soll ich bei Du bleiben? Ich heiße Brice. Alexios. Ligea wartet auf mich, Alexios. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum. Den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und da wunderst du dich, dass sie entführt wurde. Es ist nicht sicher hier. Wir müssen die Stadt verlassen. Ich habe es nicht sicher. Ich habe es nicht sicher. Komm schon. Komm schon.